hallo zusammen und willkommen auf meinem kanal heute gibt es wieder ein movie in fashionhall und zwar habe ich da wieder einige schöne sachen rausgepickt ein paar winterkleider ein zwei jacken dinge die eigentlich schön warm halten aber auch ein paar dinge wie das hier zum beispiel was ich mir noch mal nachgekauft habe in einer anderen farbe was ein bisschen lockerer ist also eigentlich sind die sachen eher warm ein paar nicht so warme sachen sind auch mit dann mit den größen kann ich euch sagen es gibt hier bei jedem teil eine größten tabelle und da sagen wir euch auch wirklich wie breit ist das oberteil hier oben wie breit ist es an der taille wie lange ist das oberteil und so weiter das könnt ihr alles in der tabelle nachschauen jedes teil was da hochgeladen wird auf deren online seiten hat eine größen tabelle und bis jetzt lage ich wirklich ziemlich gut mit den größen ihr wisst ich habe schon einige hauls hochgeladen und bis jetzt hatte ich zwei drei patzer heute ist auch ein patzer mit dabei was die größe betrifft aber ansonsten ist die zahl relativ akzeptabel würde ich sagen wir fangen jetzt an ich werde euch alles unten verlinken schreibe euch auch dazu welche größe ich dort genommen habe die so viel mal da ein bisschen gucken könnt welche größe ihr bestellen wir fangen jetzt sofort an mit dem teil was ich mir zum zweiten mal geholt habe und zwar ist das ein body was ich hier sehr schön finde ist dass es hier so schön flatt hat und vom stoff her wirklich sehr angenehm zu tragen habe ich schon in türkis jetzt habe ich mir noch rosa bestellt und ich glaube beim nächsten mal werde ich noch die andere farbe bestellen wirklich sehr schön schön zu tragen schmeichelt die figur weil meistens hat man ja hier oben so das was dick ist und das wird dann schön abgedeckt also es sind diese zwei online seiten und von wo was es findet ihr unten als zweites kommen wir zu meinem patzer und zwar habe ich mir eine leder längst bestellt dies aber leider zu eng also ich passe rein aber es sieht nicht schön aus eine größe größer würde auf jeden fall schöne aussehen ich finde es sehr schön dass hier diese schönen details sind hier mit dem weiß ich habe schon eine schwarze leder leggings aber hier so im sporthosen style hatte ich das noch nicht finde ich schön aber sieht bei mir nicht so gut aus wegen der größte mal schauen was ich damit anstellen werde das kleid hatte ich jetzt schon so oft an sieht so schön aus ich muss sagen das fühlt sich ganz leicht kratzig aber auch nicht hier zu doll dafür sieht es wirklich sehr schön aus der figur schmeichelnd bei mir auf jeden fall man muss auch passen man kann ein wenig durch sehen deshalb muss man gucken dass man die unterwäsche dementsprechend aussucht aber wirklich wunderschön es ist ein kleid was man abends zum weggehen anziehen kann aber auch zum abendessen einfach sehr schön gemacht auch dass das hier mit dem hals so hoch geht finde ich sieht sehr elegant aus und die arme sind lang genug ich mag die sieht angezogen wirklich sehr schön aus ich kann euch sagen auf der online seite sieht das foto etwas anders aus also so habe ich mir das nicht vorgestellt aber trotzdem angezogen sehr schön und auch so live gefällt es mir sehr gut obwohl ich was anderes erwartet hat das kleid ist auch so schön auch von einem sehr qualitativen stoff das so richtig fester stoff also wenn ihr einmal hier reingekommen seid dann werdet ihr den ganzen tag einen flachen bauch haben weil das drückt so aber es ist schön ich finde diese netzdetails sehr gut man muss ein bisschen gucken wie man da rein ich habe hier die größte m aber trotzdem brauche ich da hilfe um überhaupt reinzukommen aber wenn das kleid einmal angezogen ist sitzt es wirklich perfekt ich finde es gut dass sich das so dick anfühlt und man sieht auf jeden fall nicht durch das auch gut man muss nur gucken was für unterwäsche man drunter anzieht weil es dann trotzdem wegen weil das kleid so eng ist durch das dann doch schon ab kann ich mir sehr gut vorstellen bei einer hochzeit zum beispiel meine freundin hatte das kleid aufs handys hochzeit an nachdem wir unsere braut jungfang kleider ausgezogen hatten wirklich sehr schön das kleid fühlt sich auch so schön an so schön weich und ich glaube ich hatte eine schwäche für diese farbe an dem tag ich habe mir bei beiden seiten habe ich mir ein kleid in dieser farbe bestellt das kleid ist bis zur datei eng und danach geht es so nach außen auf und ist so flatterig unten und die ärmel sind so drei viertel das kleid hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt und zwar hatte ich ein foto von selena gomse gesehen mit so einem roten kleid war das glaube ich auf der online seite sieht das haar genauso aus wie das kleid was sie an hatte nur in echt ist das kleid hier ein bisschen mehr ausgefranst also mehr so ballonartig unten rum irgendwie ist das hier an der brust so weit nach außen ich weiß nicht warum ich muss das auf jeden fall so ein bisschen anpassen aber auch von der qualität wirklich top deshalb werde ich das kleid auf jeden fall noch anpassen sieht nämlich richtig schön aus auch bei diesem kleid würde man nicht sofort sagen dass das rubio des schieren ist hier ist die qualität auch wirklich dann habe ich hier ein body sieht jetzt in der kamera ein bisschen rötlicher aus eigentlich ist eher so ein weingut mehr ins lila rein hat ein riesen ausschnitt deshalb habe ich euch das ganze nicht so detailliert gezeigt angezogen aber aus so einem wild lederstoff wirklich sehr schön auch hier sehr gute wahl vom stoff her ich liebe ist dass es hier so schön flatterig ist fühlt sich auch schön qualitativ an hat hier diese knöpfe bei diesem body sind zum beispiel keine knöpfe angenäht und das finde ich sehr bequem im alltag einfach so reinschlüpfen denn zwischendurch wenn man auf die toilette geht und so muss man immer gucken dass man die knöpfe hier zu bekommt und das hasse ich dann habe ich hier so ein alltagskleid also das ist so ein gerippter stoff und hier vorne kann man eine schleife reinmachen ebenfalls wo die löcher sind auch hier diese metallränge wirklich sehr gut die ärmchen sind hier auch lang genug ich kann mir vorstellen das quält mit so sneakern zum beispiel anzuziehen weil das hier so ein gerippter stoff ist sieht das halt eher so alltäglich aus und nicht so übertrieben schick kennt ihr die blusen die gerade bei zara so gehypt werden die übertrieben teuer sind hier habe ich eine super alternative es gibt auch auf der online seite ganz viele verschiedene farben ich habe rosa gewählt ich finde die blümchen darauf wirklich so schön sehr schön gemacht ich habe es jetzt nicht gebügelt aber ich kann euch sagen auch hier ist die qualität schön man kann auch nicht durchsehen was ich schön finde denn das ist so ein stoff wo man vielleicht ein bisschen schneller schwitzen könnte und wenn man da noch mal etwas runter anziehen muss weil man durch sieht wäre das dann blöd deshalb finde ich das sehr gut dass man nicht durchsehen kann und die blumen finde ich auch schön meistens ist ja das problem dass man die blumen nicht so schön findet aber hier sind die echt gut gewählt ich weiß nicht ob euch auch auf instagram die werbung gezeigt werden von numi und sheen das oberteil wurde mir so oft angezeigt ich wollte es jetzt endlich mal haben und auch hier kann ich euch sagen dass sich das schön anfühlt ist nicht mega dick also ich habe mir das oberteil dicker vorgestellt ist er so etwas dünnes was man sich zum beispiel auch abends kurz drüber zieht wenn es eigentlich warm ist aber trotzdem so ein hauch von winter ist kann man sich das drüber ziehen jetzt bei diesem wetter kann ich mir das nicht so gut vorstellen mit dem drüber ziehen aber jetzt könnte man das auch im zwiebel look anziehen ich finde es sehr schön dass die farben so gewählt worden sind kann man mit allem kombinieren dann habe ich hier zwei jacken die jacke hält auf jeden fall nicht so stark warm aber ist eine gute übergangsjacke hier haben die so einen doppelten stoff gewählt und hier hinten ist der stoff nur einfach schade weil wenn die ganze jacke komplett aus einem doppelten stoff wäre wäre die viel viel wärmer also das meine ich mit doppelt ist eine gute alternative zu all diesen teuren jacken zu all den teuren übergangswerken sehr schön gemacht fühlt sich gut an auf der haut ist nicht kratzig und sieht angezogen wirklich schön aus auch die länge finde ich sehr praktisch ich hätte es gut gefunden wenn hier noch ein gürtel oder so dran wäre aber man kann hier selber noch ein gürtel dran dann habe ich hier diese jacke ich finde die hat so einen leichten burberry touch wegen dieser farbe und dem muster sehr schön hier sind die farben hellblau und orange noch mit drin ich weiß nicht ob man das so gut durchsehen kann auch hier haben die ein doppelten stoff genommen hier hinten ist noch mal so ein innerer stoff noch mit drin leider ist nur ein knopf mit dabei auch hier sieht die jacke mit einem gürtel viel schöner aus weil die an sich wirklich sehr gerade geschnitten dann habe ich noch ein grünes oberteil finde ich gerade nicht aber ich blende euch hier mal aufnahmen damit ein damit hatte ich mal ein video gedreht was bei dem oberteil nicht so schön ist dass die offenen stellen hier an den schultern wirklich sehr offen aussehen deshalb wird die figur dadurch nicht so gut geschmeichelt ich muss mal gucken vielleicht kann ich diese offenen teile ein bisschen weiter zu machen weil da ist ja so eine schnürung drin vielleicht kann man da irgendwie ein knoten rein machen oder so das wäre auf jeden fall besser ob sie gerade eben festgestellt das andere blaue kleid habe ich euch nicht gezeigt das kleid ist komplett eng also geht bis ungefähr zu den knien ist aber komplett eng das erste war ja franzig so nach außen aber das komplett eng und hat hier an den schultern noch mal diese rüchen die sind bei mir nicht so deutlich weil meine schultern sind schon von sich aus ein bisschen breiter deshalb kann ich bei mir jetzt nicht so stark erkennen aber trotzdem wirklich sehr schön auch vom stoff her wirklich sehr hochwertig nicht so übertrieben kuschelig wie das erste blaue kleid trotzdem wirklich sehr schön ich finde diese farbe mit blonden haaren und hellen augen sehr passend aber auch bei braunen haaren und braunen augen so das war's dann mit meinem numi und schien haul ich hoffe die sachen haben euch gefallen habt ihr in letzter zeit dort bestellt schreibt es unten rein auch freunde und bekannte von mir haben dort bestellt und bis jetzt ist da nichts passiert alles ist rechtzeitig angekommen das geld wurde gut abgebucht nicht zu viel nicht zu wenig nicht doppelt obwohl man die kreditkartendaten angeben muss ich glaube das ist so eine sicherheit für die damit die sich auch so absichern können schreiben wir unten rein was euch gefallen hat was ihr euch vielleicht nachkaufen möchtet und dann hoffe ich dass wir uns beim nächsten mal sehen bis dann tschüss